warte ich esse noch was wo bist du wir müssen uns auf den kampf bereiten okay ich bin bereit ja ich bin auch bereit bereit ich bin bereit ich bin bereit da vorne los auf geht's double attack oder slava ich bin weit ich bin zurück gefallen da ist die rücken nein warte mal was hat alles hier ich schmeiß doch mal was raus ne ich gebe mal ein paar iron boots oder sowas iron leggings ich hab noch gar keine iron sachen hier ich hab auch keine iron aber sonst der hat noch eine goldrüstung hier so ja gold ist aber wohl nicht so gut und er hat noch eisenschwerte ja komm drauf geschützt wo ist der nächste wo ich muss auf toilette ja wir gehen da vorne in die rüstung davon ist die boter verstanden uns kurz auch hier jump action jump action reloaded so unterhalte ich die stellung da kommen die von der anderen seite ne komm mit wir müssen wo bist du ja hier genau er hatte wir gehen eben hier hoch okay immer hier hoch hier kommt man gar nicht hoch wo man ein bisschen höher kann egal das einfach hier warten ja gut okay ich freue mich allein gelassen der wildes so ich gehe schon mal wenn wir da den himmel deuten damit ich mal gucken wo die nächsten gegner sind egal wie die blisse direkt in mich einschlagen kommst du wenigstens schaden ne wie viele seiten hier noch könnt ihr das irgendwie sehen ähm slash ach das geht ne warte nicht check wieder machen ne das werde ich wahrscheinlich getötet ja ok dann lass lieber commands only klatsch 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 leute wenn ihr wisst was der command war dann könnt ihr es mal im chat schreiben klatsch 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 ich bin da sind wir tot nein wir leben noch also noch nicht okay ne so hier ist glaube ich nichts mehr hier habe ich schon alles gefahren mittlerweile ist tag geworden ja ok Hast du schon Irgendeine Blitze Ja, ich konnte die bis jetzt nicht deuten Ich hab mit dessen gerade die Nuss eingeschlagen Welche Nein Verkackt? Ja Egal Ich bin aus dem Nuss ausgerutscht So Okay Lass einfach wieder hier hochgehen Ich würde sagen, wir gehen bis in diese Richtung Wo bist du überhaupt? Hier Wo ist hier? Da Ja, ich folge dir Warte mal Da vorne Da vorne Da vorne Da muss direkt einer bei uns sein Hier ganz in der Nähe Hier in der Nähe Wo war der Blitz? Ah, ich weiß nicht Da, hier ist einer Der ist bei uns an der Schlange Gut, Baum kaputt gemacht Das ist ja sehr toll Der Baum ist kaputt durch den Blitz Ah, warte Slash SG Mist Vielleicht gibt es was Neues Warte mal Ja, Slash Ey, es gibt neue Sachen Es gibt neue Sachen hier drin So an alle im Stream So an alle im Stream Können wir den Inventar Inventar mal aufräumen Ich hab grad auch ein bisschen Scheiße da rausgeschmissen Gibt es eigentlich so nach einer bestimmten Verscheid? Da Da hinten Komm Auf geht's Let's get on Die Themen Die Themen müsst ihr euch eigentlich am Ende gegenseitig töten oder so, damit halt wirklich das Spiel beendet wird Ja, dann gibt's am Ende Showdown Ja, am Ende gibt's Showdown, Mann Hit die Gravelpit Oh, ich muss was essen Das, nein, ich will nicht gekillt werden Okay So Bleiben hier alle schon Wo waren die Lacke, Alter? Getötet Da vorne, da vorne, da vorne Da hinten Auf geht's Ampar Jetzt kommt der Gefahrene Ja Mit GOMMA HD zum Erfolg Hier ist ein Bergkiff, wenn wir ausschalten Jetzt noch Wart mal Hier auf der Bergkuppe Ah, siehst du hier Nee, komm, wir gehen runter Lass auf dir nichts Da hinten Nein Wie viel schwimmen wir nicht? Wie viel Leben denn noch? Ich weiß nicht Ich hab irgendwie gesagt Hat nicht ganz gecheckt, was da stand Oh, wir müssen bald da sein Das geht Haue auf dem Popo Wart mal ganz kurz ein bisschen Ich hab Schaden gekriegt Ja, wart mal kurz ein bisschen Warum? Achso, ich muss essen Weil ich Ja Warte, ich muss eben ein neues Essen ran Da, guck mal, da brennt der Baum Da ist der Blitzschirm eingeschlagen Da muss einer sein Der rennt weg Die feige Sau Auf geht's Rennen Renn was da Zeug Wart war Gleich haben wir es geschafft Wenn wir jetzt geohnt werden Dann beiß ich mir in den Arsch Das will ich sehen Die Blitze Musst du aufnehmen Genau Let's Arschbeiß Hä? Hier ist jemand gestorben What the hell? Hier liegen items, oder? Ja Warte, sehe ich etwa Suizid Aber ich kann ihn nicht aufnehmen Ja Ja Ja, ne Guck mal Da seh ich schon Ja, hier unten liegen items Oh, der hat sich Suizid Wie schlecht ist der denn? Wetten Der ist einfach gerannt Ist wegge Ist weggelaufen Und hat Und der ist dann an die Klippe gekommen Hat die nicht gesehen Ja, und ist einfach drüber gesprochen Wie geil ist er denn? Richtig nice Mit GOMMA HDs Diaschwertern zum ercheateten Erfolg Richtig Slash Ach fuck Jetzt habe ich meinen Chat wieder nicht an Ähm Sind wir die einzigen noch? Ich glaube ja Was? Sind wir die einzigen? Slash HG List SG Ja Wir sind die einzigen Alive 2 Okay Wampa Ich würde sagen Wir ziehen Rüstung komplett aus Und nehmen nur Diamantschwert Dann haben wir die gleichen Voraussetzungen, oder? Ja Warte Boah Jetzt hätte ich fast Disconnect gedrückt So, warte Ich ziehe alles aus It's my showdown So Lass mal irgendwo hingehen Ja, du hast auch alles aus Ja, alles klar Da kann man nicht viel abhauen Hast du alle Herzen voll? Ich habe alle Herzen voll Alles klar, ich auch Das ist das eine Ende der anderen Alter, werde ich nicht verlieren Ich habe bisher immer in Hate the Gravity Pit fast gegen Wampa verloren Hier Das ist jetzt sozusagen eine kleine Special Ausgabe in den Hunger Games Ja Oh, TT spielt fair, sagt einer Ja, ich spiele immer fair Ja, du musst an die andere Seite gehen, ne? Achso, komplett willst du, okay Ich habe gedacht, wir machen so Face-to-Face Ja, wir müssen jetzt Okay Okay Go Mach, nee Lass Kima Countdown machen, Mann Von wie viel? Drei Okay, drei Zwei Eins Let's go Voll konzentriert Nein, ich bin weg Das muss ich mir angucken Ich bin auch weg Wer hat gewonnen? Keine Ahnung Was? Warum? Ich sehe es gleich im Stream Ihr wart beide irgendwie gleichzeitig Wer hat gewonnen? Ist das jetzt Remi oder? Der Video-Weiß muss herhalten Ja, aber auf dem Video Ich habe auch noch, ich habe geschlagen Und dann war ich schwarz Ja, auf einmal Wampa One schreiben die Ja, aber warum? Woher weiß man das? Ja, äh, da steht im Chat, glaube ich, immer Wer gewonnen hat Steht das? Ja, da steht So und so Warte, wir können, du kannst das auch hochscrollen Ne, jetzt steht da nicht Da, Wampa One ist Survival Game on Area 1 Echt? Wo steht das? Ja Ja, äh, bestätigen wir im Chat im Blau Wir müssen höher scrollen Hä? Ich sehe, ich sehe nur live zwei Leute Warte, ähm Hast du alle Nachrichten oder sowas on? Warte, was steht denn da drunter? Da drunter steht, ähm OMG Wamper ist auch da geil Scheiße, lol Äh, kann das sein, weil ich meinen Chat eben noch aus hatte? Weiß ich nicht Ja, das kann sein Richtig gut Ja, herzlichen Glückwunsch, Wamper Richtig gut, Mann Wir haben richtig geowned, würde ich mal sagen Ja, auf jeden Fall Richtig gut, Alter Aber der, der über die Klippe gesprungen ist Der ist der Beste von allen Der Sieger der Herzen Richtig gut Ja, Leute In diesem Sinne würde ich sagen War's für die Aufnahme Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss 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 Tschüss